Um ihre Kollegen Oliver und Agnes miteinander zu verkuppeln, richten Uschi und Werner ein großes Grillfest aus. Alle amusieren sich prächtig, bis auf Oliver und Agnes. Ein Unbekannter beschenkt Uschi mit Rosen, die von Schüler Achim kommen, der sie heimlich liebt. Unsere Schule ist die beste. Mittwoch um 20.15 Uhr auf Anixe Plus.